In diesem Video geht es um den sogenannten Ölfleckversuch. Lange bevor man mit komplexen Apparaturen die Größe von Atomen bestimmen konnte, konnte man mit dem Ölfleckversuch die Größe von Molekülen zumindest abschätzen. Für diesen Versuch benötigt man ein Gefäß mit Wasser. Auf das Wasser streut man ganz feine Bärlappsporen, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Zusätzlich benötigt man Öl. In der Regel ist das Öl gemischt mit Leichtbenzin. Das Leichtbenzin verdampft allerdings sehr schnell, wenn es auf die Wasseroberfläche auftrifft. Gibt man einen Tropfen auf die Wasseroberfläche, bildet sich ein Kreis mit einem bestimmten Durchmesser. Schauen wir uns das Ganze einmal im Querschnitt an. Wir nehmen an, dass die Ölmoleküle einzeln nebeneinander auf der Wasseroberfläche schwimmen. Nun wollen wir die Größe eines Moleküls bestimmen. Wir nehmen an, dass die Moleküle rund sind. Der Durchmesser eines Moleküls entspricht also der Höhe eines Moleküls. Mit der folgenden Formel kann man die Höhe eines Ölmoleküls bestimmen. Die Höhe H ist gleich dem Volumen eines Tropfens geteilt durch Pi mal dem Radius des Ölflecks auf der Wasseroberfläche zum Quadrat. Misst man nun den Durchmesser des Ölflecks, muss man beachten, dass dieses dem doppelten Radius entspricht. Der Durchmesser bzw. die Höhe eines Ölmoleküls ist rund 0,00000000001 Meter. Der Durchmesser des Öl Parsons